Moin Moin und Willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit Chucklin, dem DigiGamer, Sirena Auraschatten und mir dem Faktify. So, wir starten wie sonst auch immer mit einem Kopfgeld. Schauen wir mal, wen wir dann draufkriegen. Zehn Minuten, das kriegen wir hoffentlich hin. Die Räder mit will. Ach, ist das nicht die Standard? Ja. Immer wieder die gleiche. Und ich vergesse jedes Mal wieder, wo, auf welcher Karte das ist. Felder der Verwüstung. Ich hab mal gepostet. Oh, sehr schön. Das war schon abgespeichert, wa? Nicht wirklich. Ja, ich mein, die haben aber schon offene Triller und Breckerback, das sind schon so die Pupa-Du, das sind so die Standardtypen. Ich guck mal draußen. Ja, ich glaub, wie immer mal hier in der Stadt lang, wie wahrscheinlich sein wird. Wie rum ist hier? Weiß, Mann. Ein anderes hier Wind. Die Königin hat unseren Krieg nicht durchlebt. Wie separatist. Hm? Moin. 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 Also, wenn du von da kamst, dann wird sie wohl da nicht sein. Ja, kommt drauf an, ob du jetzt den Aus, äußeren oder den inneren Kreis genommen hattest. Ich bin, äußere. Ich hab sie. Sie wird auch schon gecappt. Er ist schon tot, oder? Ne, sie steht noch bei mir. Ihr könnt die Wegmarke nehmen. Ist der schon da? Bin auch schon da, oder? Du bist... Okay, da hinten. Äh. Und da wo? Ach, die geht schon wieder ab hier. Aber theoretisch mussten auch nur du sie mit anpocken, oder? Ja. Ja. Ich treffe jetzt ja, wenn sie ganz... Ah, okay. Die Wegmarke werden. Achso. Ja, okay. Ich bin auch die Erste wieder. Boah, wir sind so ein Damage hier, ey. Das ist bestimmt eke. Scheiße. 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 Ich kann sie nicht mehr sehen. Hier, unser Echo. Ja, die hat sie hier noch. Ach, da. Scheiße. Nervische. Ja, so kann's gehen. Ja, so kann's gehen. Ich bin weder hier noch dort. So. Gehen doch schnell. Mal mal gucken, haben wir's gekriegt. Irgendwann haben wir bekommen, ja. Also ich hab keine Truhe bekommen diesmal. Hast du die angehauen? Ja. Ja. Dann hast du im WVW vielleicht schon irgendeinen Erfolg gemacht, dem entspricht. Auf jeden Fall haben wir die 300 gekriegt. Okay, alles klar, dadurch das ist die Hauptsache. Dann, für die Wartezeit zum Sprung-Rätsel, die allgemein Sprung-Rätsel. Obsidian-Refurium. Diese Refurien sind die WVW-Dinger. Okay. Okay. Popopoplateau. Das ist das, ne. Es ist das hier da, ne, elbowserplatte, okay. Das heißt Popoplateau. Euer, euer. Ja, ja, ja. Und ich poste gleich einen of comunic ouleg mark. Das stimmt immer, bin ich durch und wöchneril sei, ne? Ich hab mal, ne? wir haben was so die ist relativ das ist glaube ich die auf dem kamm nordöstlich davon besser platt wo man hier ja kommt es auf purpur wenn der erfolge so heiße popel plateau heißt das so ja würde aufgehen ach der erste der erste sprung rätsel bestimmt die ecke meistens steht am mess mal nein wir wollen es ja jetzt für die zuschauer machen wir haben auch bei dem anderen sprung rätsel zugegriffen was dem es mal angeht weiß ja wie sie es hier hoch oder ja ok da leute ich bin verstehe richtung auf dem erst wäre sehr hatten wir auf unseren dicken wo ist er denn ich war ja sowieso bestimmt noch mal wieder runter du musst an die andere seite hier zu mir und dann seid steine hoch weil hier immer wieder runter beim silber das ist ein bisschen ob es hoch und fährt bist schon normal so okay wir warten wir mal auf den der ist ein alpha war da kommt man gar nicht hoch da ich bin doch oben hallo hier ich bin auch hier viel besser würde ich gleich ins nichts springen muss loop loop aber ich habe es geschafft kann jemand eine karotte runter halten ich bin wieder runtergerutscht mein schwer ist so glitschig hier torus zeigt dir wie es geht hier hin da auf die kante wisse na ich werde mal schon mal den port auswählen ihr seid mir hier schon tausend machen im jumping puzzle modus hier so dann zu mir bitte wo bist du da bist du bist du da hingekommen beziehen gold zeige ich es dir und hier haben wir es nicht genau also kurz da und hier ins nichts springen da ist ein loch zuerst springen nach dem rolltot habe es nicht ins loch geschafft ich habe ihn verstanden ja gut dann gehen wir hier rum ok da hoch hoch wie viel küttelt hier sind und hauptsache zu den zwiebeln wir haben das nach das ja genau dann auf den stein und auf den stein zu viel gestrüpp um die ecke untergefallen erstmal die zwiebeln in die ecke ja wir warten auf die ecke ja wir sind gegner gespawnt aber nein das war der sammeln ja gar nicht das war's ok alles von vorne da ist so einer veteran am ende aber kann man ja drauf und ne tote kuh und die kürteltiere alle fast grüne freibeuter schultern grüne grüne scheiße von gar nichts ist schon wieder so ein kundi her das ist eine epidemie wir müssen sie auslöschen alle ach so hier ist ja ist egal was hier oben von wo ich abgesprungen bin weiß ich nicht da gab es auch mit diesen erfolgten löwen oder tigern oder sowas ja aber da musst du die story ausgeladen haben hier für chukar chabababat ollie warte lesen jumping passen ja ja wenn es das so war das richtig ja schön erfolg erhalten so also das lassen wir mal aus dann ein können auch ein gesprächs labor schwecks labor wo ist der karl dörnwald moment weg marke kommt oder irgendein marke wo ich hingeschickt werde da werde ich hingeschickt etwas im süden ist eine etwas im süden ist auch eine weg marke kleinen moment auch die stadt das ziel wäre die nächste weg mag ich gerade gesehen habe das ist irgendwo glaube ich links rein dann ne stück vorher ja serena hat schon markiert da brauchen wir echt schon mit zwei wandelnden gilt was wiki anträgen ja das praktisch das will ich gar nicht verneinen das ist ja eine persönliche weg marke von irgendjemanden kram hier mit grüner holzblock kommt man sind zu seltenen vorbei wie kannst du in unserer gillen aufbauen muss ich mal heute vorbeischauen steuerpult und dann kam diese camping dinge die auch wieder weg muss man daran denken das ist die beste was passiert wenn ich aufs steuerpult drücke dann kommen die dinge achso ich glaube jetzt war ich zu langsam denn gas geben ich glaube ich bin hier stelle wo ich nicht weiterkomme ja ja dann auch zu anfang wieder ich warte hier mal auf euch ich bin hier doch einfach aus noch mal tröte tröte das geht natürlich echt wenn man so hart ist viel einfacher mit so einem dicken charakter hier und dann noch die officer rücken ich springe ach da muss ich dann springen okay mach doch aus dann rücken kannst du doch ausmachen ist ja keine challenge noch mehr alter jangebei außerdem sieht der charakter dann scheiße aus das geht nicht man muss halt prioritäten setzen so doch bitte mal hier inzwischen landen soll ich hier Augenblick machen ja zwischen landen halb die Bedingungen machen boah daneben okay ich gehe hier down jetzt muss ich wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal laufen warte ich guck mal ob ich dich da rette Haupteingang okay nee ich kann zum Haupteingang okay so weit war es nicht weg kommt ein netter Golem der fragt dann sterbe ich auch mal mit dir brauche ich da nicht ganz hinlaufen die ersten beiden Jumps waren jetzt nicht sterben dauert auch zu lange so schwer wenn man kurz mal ich konnte mich bei den zwei dann nicht entscheiden wo ich hinspringen wollte wählt man natürlich den mittendrin wenn du irgendwo zwischendurch in so einer Parkingposition bist und die Dinger gehen weg du bekommst es ja nicht mehr an so einen Steuerpunkt um sie anzumachen also es ist schon ganz gut wenn man mit mehreren Leuten macht ja okay ich bin in der Parkingposition das ist unpraktisch okay das musst du ja mit mehreren Leuten machen da war kein Portal dazwischen man kann schnell genug sein ja nicht so wie ich und Eile hilft na ich nehme jetzt mal Eile rein den ganzen Quatsch raus die Frage ist macht so ein Steuerpult dann alle wieder an oder ah ok nee jedes Steuerpult ist für einen wir würden wirklich weg in wo du hingehst genau ach so echt ja da wo du lang machst das ist dann natürlich doof das ist ja eigentlich egal dass ich hier hatte aber meine sind wieder angegangen vorhin deswegen ja hat einer bei dir da angemacht hm ich frage hier mal kurz mit den Lerner die Lerner wo du gerade runter bist da darfst du nicht äh an den Rand springen sondern du musst an die Wand springen da haben wir ja keinen mehr da waren wir zu langsam ne nein 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 ach guck mal der Dings hat es verloren also der muss nur mal springen naja das ist gut dann können wir jedenfalls warten ja genau von dem am Rand springen ähm wo hast du denn gesehen wo du nochmal springen musstest also war ja kurz hinter dir du springst auf einen rauf dann steht einer waagerecht hochkant und da musst du nicht an den Rand springen sondern links auf die Wand oder an die Wand springen ja ja an die Wand war ich aber dann war da eine Lücke ok also bei mir kam da dann wieder einer ziemlich rüber gesprungen guck mal hier wir kriegen wieder welche Sascha ja ich stehe man schon vor der prachtvollen Tune wo bleibt ihr denn warte kurz auf Sascha das wird klapp ich hab benutzt Sascha wir können weiter dunkel schießt in der Nacht aber nicht boah ich hab ja Augenblick geduld und das muss meine Hände drücken machen alles klar ich bin noch Bob offen jemand könnte zur fünften Station gehen so und hier bin ich gleich an der Seite runtergefallen das hab ich mit der Wand dann nicht verstanden ich hab benutzt ich folge euch war wieder weg jetzt kommt man da noch gar nicht zurück zu dem Steuerpult nö obwohl jetzt runtergesprungen also müssen wir warten stimmt der wird es auch wieder anschalten schießt hier auf einen ja da hat genau da gerade gestanden aber ja der Leser der trifft manchmal aus der Mitte der Leser schießt ok ich finde schön diese Karteninformationen lernt wie man ausweicht da sag ich über die wie altes Charakter äh 25 Stunden nicht gelernt fachfachfach fördert mich zur fünften also wenn man runter fällt kann man sich direkt zur nächsten station befördern lassen das ist praktisch wenn man nicht tot ist dann sind da unten stehen so lagertypen so golems rum die einen dann dorthin porten wo wird es hier weiter das will nicht zum haupteingang doch man kann zum haupteingang und hier dann mit dem laborhelfer reden befördert mich zur fünften station warum sind die schon wieder weg werden die stadt schon wieder benutzt war ich zu schnell dass dass die dann ich habe das gefühl gerade so ein komischen leck das sein gesprungen wird von denen sie dahinten truhe aber sicherheits golems das gefällt mir nicht offen man das macht er in die konsole da gehst du mir zum da kannst du dich an die einzelnen stationen also ich kann mich an die fünfte station bordeln lassen und kann dann für sascha immer wieder an machen ich gehe mal zur sechsten einfach als cooles kommt da warte kurz warte kurz warte kurz warte kurz ich habe wieder angemacht jetzt dürfte da gleich was kommen wo du kommst du kannst jetzt sehr gut und es ist eigentlich nur rüber kommen wir sind ja so ein gutes team die musste noch hier gegen die druck und die haben wir schon verborgen die haben wir so schlafen sie sind weil ich kurz sagen die sind bisher nicht angegangen weil auch die wollen nicht kämpfen okay okay ledig sehr schön und jetzt wirklich sein nein die goldene stadt genau erst mal sagen wir vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge